Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailerchen, heute am 4.9.2023. Ja, wenn eben ich hier in ganz großer Nähe hier ständig vergiftet werde, dann muss ich das natürlich auch immer mal wieder zeigen. Ja, genau, Satire, ne, ne, auch heute wieder nicht. Ist aber wieder einiges geboten, könnt ihr dann gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rumble. Ja, und dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.